Wasser ist der Ursprung allen Lebens und unser Nahrungsmittel Nummer eins. Die Permatrade Wassertechnik GmbH beschäftigt sich täglich mit der wertvollsten Ressource der Erde. Weil wir uns nicht nur gegenüber der Umwelt, sondern auch im wirtschaftlichen und sozialen Bereich in einer besonderen Verantwortung sehen, arbeiten wir unter anderem auch in enger Partnerschaft mit der Werkstatt für Behinderte in Leonberg zusammen. Neben dem Hauptsitz in Leonberg gibt es Tochterunternehmen in der Schweiz und in Frankreich. Seit der Gründung investieren wir stark in die Forschung und Entwicklung und gelten als anerkannte Spezialisten für Kalk- und Korrosionsschutzsysteme, Trinkwasserfeinfilter und Heizungswasserbehandlung. Wasser ist unser wichtigstes Element. Als Hersteller umweltfreundlicher Wasserbehandlungssysteme bieten wir unseren Kunden einen hohen Nutzen ohne Veränderung der Wasserqualität. Die Erhaltung unserer Wasserqualität spielt für uns eine ganz besonders große Rolle. Permatrade Wasserbehandlung. Für mehr Wert, mehr Vitalität, mehr Lebensqualität.